Ich habe Besuch bekommen in dieser einsamen Zeit von einem jungen Kompositeur. 22 Jahre alt ist er. Er ist ganz klein und ein bisschen dick. So runde Augengläser, schwarze Locken. Auf der Straße würde er mir nicht auffallen. Sehr verehrter Herr von Beethoven, ich möchte Ihnen meine neueste Sonate zeigen, sagte er. Ha ha ha, dachte ich. Meine erste Sonate, der ich eine Opuszahl gegeben habe, die habe ich mit 25 geschrieben. Und der kommt da mit 22 daher. Aber das Stück ist ein Meisterwerk. Übrigens, Franz Schubert heißt er. Den Namen, den muss man sich merken. Das wird er erst in 10, in 20 Jahren schreiben. Die Sonate steht übrigens in A-Dur. Die Sonate steht übrigens in A-Dur. テ benzina die Sonate steht übrigens in A-Dur. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020